Sehr geehrte Damen und Herren, wir fordern hiermit Amnesty für alle gesperrten Accounts unserer Mitglieder Amnesty für alle zukünftigen Accounts unserer Mitglieder einen eigenen User-Rang für unsere Mitglieder auf wahlweise die Elite oder Übermensch ein eigenes Ort und Motrechte für unsere Mitglieder im selbigen 60 weibliche Jungfrauen Sollte unseren Forderungen nicht fristgerecht und zu unserer vollen Zufriedenheit nachgekommen werden wird dieser Angriff noch der kleinste gewesen sein Tötet ihr einen unserer Krieger, beschwört ihr zwei Nachfolger herauf Mit anarchistischen Grüßen Wein und gutes Essen Das Ultimatum läuft am 2.11.2008 um 23.59 Uhr ab